Sehr geehrte Reisende, herzlich willkommen auf der Linie RB5 nach Kassel Hauptbahnhof. Der Rhein-Main-Verkehrsverbund und Cantus wünschen Ihnen eine angenehme Fahrt. Nächster Halt, Kassel Hauptbahnhof. Dieser Zug endet dort. Fahrgäste bitte alle aussteigen. Wir verabschieden uns von Ihnen und würden uns freuen, Sie bald wieder als unsere Fahrgäste begrüßen zu dürfen. Cantus wünscht Ihnen eine angenehme Zeit. Auf Wiedersehen. Sehr geehrte Fahrgäste, bitte achten Sie beim Aussteigen auf die Höhe der Bahnsteigkante. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Sehr geehrte Reisende, herzlich willkommen auf der Linie RB5 nach Fulda. Der Nordhessische Verkehrsverbund und Cantus wünschen Ihnen eine angenehme Fahrt. Nächster Halt, Kassel Wilhelmshöhe. Dieser Zug hält zwischen Kassel Wilhelmshöhe und Melsungen nur in Guxhagen. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Nächster Halt, Guxhagen. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Nächster Halt, Melsungen. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Nächster Halt, Mahlsfeld. Bitte achten Sie auf den Spalt zwischen Fahrzeug und Bahnsteigkante. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Nächster Halt, Melsfeld-Beisefört. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Nächster Halt, Morschen-Alt-Morschen. Bitte achten Sie auf den Spalt zwischen Fahrzeug und Bahnsteigkante. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Nächster Halt, Aalheim-Heinebach. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Nächster Halt, Rothenburg an der Fulda. Sehr geehrte Fahrgäste, bitte achten Sie beim Aussteigen auf die Höhe der Bahnsteigkante. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Nächster Halt, Rothenburg-Lispenhausen. Sehr geehrte Fahrgäste, bitte achten Sie beim Aussteigen auf die Höhe der Bahnsteigkante. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Nächster Halt, Bebra. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Nächster Halt, Ludwigsau-Friedlos. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Nächster Halt, Bad Hersfeld. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Nächster Halt, Haunetal-Neukirchen. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Nächster Halt, Burghauen. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Nächster Halt, Hühnfeld. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Nächster Halt, Fulda. Dieser Zug endet dort. Fahrgäste, bitte alle aussteigen. Wir verabschieden uns von Ihnen und würden uns freuen, Sie bald wieder als unsere Fahrgäste begrüßen zu dürfen. Kantos wünscht Ihnen eine angenehme Zeit. Auf Wiedersehen.